Das Leben ist ein Bus und du haust drin. Es nutzt dir nichts, wenn du aufs Haltenöpfle drückst. Und wenn du nur so oft drauf drückst. Nicht einmal das Haltzeilen leicht auf. Der Fahrer fährt weiter, immer weiter. Das Leben ist ein Bus und du haust drin. Es nutzt dir nichts, wenn du zum Fahrer vorschreist. Dann kann es schreien und schreien und schreien. Der hört nicht hin, der hält nicht an. Fahren ist das Einzige, was er kann. Das Leben ist ein Bus und du haust drin. Es nutzt dir nichts, wenn du an die Türen rüttelst. Da machst du mit, kommst nicht mehr raus. Der Fahrer fragt dir nicht danach, ob du dort auch hin willst, wo er hinfährt. Das Leben ist ein Bus und du haust drin. Es nutzt dir nichts, wenn du aufs Haltenöpfle drückst. Es nutzt dir nichts, wenn du zum Fahrer vorschreist. Es nutzt dir nichts, wenn du an die Türen rüttelst. Das Leben ist ein Bus und du haust drin. Das Leben ist ein Bus und du aufs Haltenöpfle drückst. Das Leben ist ein Bus und du haust drin. Das Leben ist ein Bus und du haust drin. Das Leben ist ein Bus und du haust drin.